Wenn du es dort findest, lass ihn reden. Vielleicht verklammert er sicher. Leute, euer Gras ist mir scheißegal. Das ist in zwei Jahren ohnehin legal. Ich will einfach nur wissen, wer von euch verschiebt Nels Kohle? Das Geld hat er uns versprochen, Arschloch. Okay. Seit gestern bin ich euer neuer Boss. Kapiert ihr, was das heißt? Was sagst du denn, wenn du einen Fall löst und die Lorbeeren sackt plötzlich jemand anders ein? Dann würde ich das ausdiskutieren. Und das sollten wir auch tun.